Ok, das ist jetzt mein Zimmer für die nächsten drei Tage, old school. Ah, Fernsehen, naja, aber was heißt, naja, Klimaanlage, jetzt haben wir Fernbedienung dafür. Hier habe ich erstmal Fenster aufgemacht, bisschen Licht hier rein, ja, Ausblick hast du ja natürlich nicht. Ja, aber Klima ist schon mal wichtig ey, letzte Nacht habe ich echt geflitzt ey. Und dann kam noch einer, der war feiern nachts und der kam erst um drei oder vier, war ganz schön laut. Der eine hat geschnarcht, naja, irgendwie habe ich doch geschlaft, weil ich war ziemlich geschlaubt von den ganzen Reisen und so. Du kennst das ja wahrscheinlich. Naja, aber, oh schön, Fehlerkern. Das ist natürlich gut. Das ist gerne. Schön. Ja, dann werde ich mal die Gegend erkommen. Auf dem Strand war ich ja schon, ich denke mal ich gehe den Strand weiter hoch. Ja, da war eine Burg, die war ganz geil, sah gar nicht aus. Ok. Jens, boi. Du bellet bist. Das ist der Lynn, denjawst du über das? Vielen Dank.